Sängerin Jojo durfte sich in diesem Jahr über ein ganz besonderes Geschenk zum Geburtstag freuen. Die Sängerin bekam einen Verlobungsring von ihrem Freund Dexter Darden. Sängerin Jojo kann ihr Glück kaum fassen. Am 20. Dezember 2021 feierte sie ihren 31. Geburtstag im Urlaub mit ein paar Freunden und ihrem Liebsten, Dexter Darden, 30. Der hatte eine ganz besondere Überraschung für sie parat. Jojo bekommt Heiratsantrag am Geburtstag. Der Saved by the Bellster ging vor dem Geburtstagskind auf die Knie und hielt um seine Hand an. Stolz und überglücklich verkündete Jojo, die mit bürgerlichem Namen Joanna Noelle wegheißt, ihren rund 2,3 Millionen Follower, ihnen am ersten Weihnachtstag die freudigen News. Für immer mit dir? Ich bin dabei. Ich feiere Weihnachten als Verlobte, kann sie ihre Freude kaum zurückhalten. Der aufmerksamste, kreativste, positivste, gut aussehende, starke, liebste Mensch hat mich gefragt, ob ich ihn heirate. Selbstverständlich habe ich Ja gesagt. Er habe zu diesem besonderen Anlass sogar ihre Mutter, seine Mutter und ihre besten Freunde eingeflogen, um diesen unglaublichen Moment zu teilen. Die Sängerin teilt ihr Glück mit ihren Fans. Eine Reihe von Fotos und Videos zeigen das überglückliche Paar beim Anstoßen und beim Essen mit ihren Lieben in einem mit Rosenblättern dekorierten Raum. Zudem gewährt Jojo auch einen ersten Blick auf ihren wunderschönen Verlobungsring, einen goldenen Ring mit zahlreichen kleinen Diamanten rundherum. In der Mitte ist ein ovaler großer Diamant eingefasst. Die Leaf-Sängerin und der Mice Runner Star sind seit Juni 2020 ein Paar. Nun sind sie bereit, den nächsten Schritt zu gehen.